so leute da sind wir wieder und wir sind im nächsten kapitel und wir werden jetzt direkt weitermachen und euch viel spaß so dann gehen wir jetzt mal ein bisschen das spielen eins okay keine kekse muss essen so ich wusste ich wusste mal was ganz kurz gucken das ist ein tierisch auf den sack wenn das sound nicht so richtig stimmt noch habe schon gestellt auf stereo stehe ich nicht so danke auch schon aber es ist jetzt anständig ist guck ich krieg mir nicht erst mal gegen essen ging ich das flaxen jody where are you going nowhere i was just looking outside okay ich sterb nicht raus alles klar aber gut ich wäre auch mit socken rausgegangen jetzt setzen wir uns da hin oh wie schön da draußen ist aber winter ist auch nicht so mein fall ich bin auch so lieber der sommer freak aber naja machen wir direkt bei der sammeln denn hier ist auch noch können wir nach oben gehen hier und wenn sie gucken wenn sie gucken dann gehen wir nach oben das ist aber die treppen komisch hoch du mal baden du mal baden das soll ich mich wieder so zusammendrücken da kommt die mutter noch nicht mal hoch alles klar das war es schon das kann ich gehe eine runde schlafen das ist ein bisschen das gibt ja echt nicht viel was soll man denn hier noch so schön ist hey fairy blossom do you want to come over to my house for tea oh yes i'd love to okie dokie we'll go in my car i love your car yeah i chose it myself and it goes really really fast we're here come on let's go this way was ganz kurzem was umstellen den y die steuerung nicht bescheuert machen wir mal auf ok ist besser dann so bis die typen äh ja ja alles klar what a beautiful house you have yes i love it a lot my husband gave it to me for my birthday would you like some sugar in your tea fairy blossom oh no thanks and how is your husband he's good he's working at the moment why are you so handsome stop that i didn't i told you i didn't want to play with you anymore mhm tja ok so dann gehen wir da raus ah dann machen wir da okay alles klar wo ist die garage muss ich schon anziehen ja gehst mal da rein hier lang ja genau ob die garage ist hier wo ist das eine gruselige puppe dahinten ich lasse puppen soll das öl sein ach da sorry schnell raus hier ich glaub die sind jetzt so sehr gut befreundet so geht die tür noch zu gut kleines mädchen hat halt angst im dunklen ecken darfst du irgendwie helfen wow hey sweetheart why don't you go outside and play i'll call you when dinner's ready so dann geh ich raus jody where are you going es gibt den debkel über schlafen das essen wir tschüss warum man merkt dass sie nicht glücklich ist langweil hat ich nichts machen das kann ich mich hier hin so schaukeln Kannst du da schon mit den Kräften umgehen? Okay. 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 Es ist nicht Spaß. Okay. Hey, hörst du das? Er kam von der Straße. Okay. 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 Es wird Spannung. Okay. 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 Okay? Did you see that? She nearly killed me! You saw what she did to me? She's a witch! A dirty rotten witch! What's going on here? She's a witch! I'm telling you, Jodie Holmes is a witch! Come on, come on, let's go home. Come on! Get in the house! Okay. What happened? What were you doing in the street? You know you're not allowed to leave the yard! I saw the other kids playing. I just wanted to have some fun. What did you do to that boy? Philip. I didn't do anything. I didn't did it. He was trying to defend me. He thought... I'm sick and tired of your stories! Jodie, this time you're really gonna get it! Not now! You go to your room? Now! Try to get some sleep, sweetheart. Everything will be better in the morning, okay? Night-night. Mommy! I'm afraid of the monsters, Mommy. They're gonna get me. Honey, you know monsters don't exist. But I'll leave the light on and the door open, okay? Get some sleep, sweetie. Go away! I hate you! It's your fault my parents don't let me! You hear me? Go away! You shouldn't get so angry with her, Philip. She's just a little girl. Little girl? You've seen what she can do, right? Susan, that's no little girl. That's... Susan, that's a monster. Don't you dare talk about her like that! The things that are happening around her, they're not normal. And they're getting stronger for the love of God. Susan, what's to stop her from turning on us? Oh, don't be ridiculous! Susan, that thing is like an uncontrollable animal. We have no idea what it's capable of. We have a demon living with us right under our own roof. Susan, this is gonna stop. And it's gonna stop now. Before we end up crazy or dead. Okay. We agreed to look after a little girl, Susan, but not this. Not this. Könnt ihr irgendwas machen? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber auch manchmal so schlaflose Nächte. und hier. Und hier. Sík. inspiriert... Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Denn die ge chia, wir sind gorgeous. Und hier. Wie geht es? Es gibt keinen Grund für Angst, Aiden. Wir werden uns schlafen und nichts wird passieren. Jodie! 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 Are you alright? Oh my god. What happened, sweetheart? You told me monsters didn't exist. You were wrong, mommy. You were wrong. Oh, Schuhkarton habe ich gar nicht gesehen. Egal. Ja, dann machen wir auch direkt weiter. Jodie! Get up! Hm? What's going on? Get dressed. I'll explain in the car. The DPAs launched a program to study the other side. The Infraworld, as they call it. They've created a condenser. A machine to open a rift to what lies beyond. They've opened a passage? To Aiden's world? Something happened last night. Entities got through the rift and we couldn't shut down the condenser. Everybody in the building was slaughtered. None of the rescue teams came back. They called and asked for your help. I told them you were just a child, that it was too dangerous. But they know only you know how to deal with what lies beyond the rift. Get up. Get up! Get up! Jodie. If you didn't wanna do it, just say. Then I'll take you back. It's all right. I'll do it. so dann ist auch die folge hier schon wieder beendet und ich würde sagen sehen uns bis da